Also das hier, das ist ein sogenannter Intelligenzspielplatz, den gibt es nur deshalb, weil uns die Besucher immer wieder gefragt haben, wie clever die Affen sind und sie haben dann angefangen auf den Gegenstände aufzustellen. Übrigens, jetzt kommt ein Affe, vor dem die meisten Affen die größte Angst haben. Man sieht das der nicht wirklich an, das ist die Luise, das ranghöchste Weibchen hier. Das ist ein sehr aggressiv, das schon viele Affen auf den Augen abzumt. Wenn die Probleme gibt, dann gibt es die Gewaltigke Probleme. Wenn die Dinge hinterherläuft, dann kann man davon ausgehen, dass die Dinge hinterherläuft. Das ist ein aggressiv, das ist, weil es mehr so viel mehr erläutert. Ja, dann gibt es ja wieder. Oda, ne? Oda, ne? Ja. Du hast du tolltet mit dir. Das ist das so viel mehr? Der die Technische Underspiratorn zu tunhet willst duet? Das ist gut. So. Also, wenn du deine Kinder machen. Als ich denke, mehr als ihr "- ich hab auch georgnet." Das ist das so viel mehr Dennerspiratorn. Das ist das andere. Es sind die Wahrscheinlichkeit. Das ist die Wahrnehmun Unterstützung. Das ist professionell? Das ist ein paar Malmö. Sie haben einen sehr langen Städten. Sie haben ihre Stadt einen Affen-Adler, das ist natürlich ein Feind. Ich verstehe das, weil sie Angst haben. Obwohl sie nicht mehr in die Welt kommen. Was? Eine Karte hat sich um die Fälle. Oder sind die Fälle? Da haben sie mich auf die Fälle. Da ist sie die Fälle. Da sind sie sich um die Fälle. Das ist das Fälle... Ich bin jetzt nicht der Hauptsache. Ich bin gerade mal ein Intelligenciert, weil in der Intelligenz-Jäzzi-Tere ist, das ist nur das ist. Das sind so aufgebrachte Schneearten, Alter. Das ist doch ein Sauertömer.